guten morgen guten mittag und einen wunderschönen guten abend freunde ich bin jack von jack in the game und willkommen zurück zu balders gate 3 wir sind in den kuriosen ruinen und mir ist froh was zu uns passiert und zwar musste ich doch mal den kampf hier machen weil ich vergessen habe zu speichern bevor ich das spiel ausmache also merken immer checken gespeichert wurde rausgeht bücher über bücher über bücher über bücher ich bin mir sicher dass wir schon das hatten oder das ist ein lohrbuch und hier war mit alles nur bücher wenn ich das sehen kann unten rechts überladen jetzt schon ein paar sachen schätzchen so müssen die wieder passen hoffe ich mal ich habe viel zu viel stuff gerade ich brauche einen händler was für ein händler irgendein händler hier weiner staubbedeckt die seiten dieses verwitterten buch und dem knochenweißen puder sind hunderte dos anzeigen in kleiner schrift verfasst grubian tippel elmata ertrunken ivan argenson okma innere fäulnis davran stout saloon fieber ok nicht das wird blündere kiste klar auf jeden Fall skurril ist da oben irgendetwas das sieht nicht so aus ach die tür ist offen jetzt so super wo geht jetzt hier lang hier ist nix klammer groft super oh bittet hier ein schnickschnack hier wo liegt nur fackel wobei ich habe eigentlich dunkle sicht oder ich bin halb elf ich habe genug gesicht ich warte mal 2,2 habe ich dunkle sicht ja habe ich 2,8 meter habe ich ja glück was bin ich zu bier mal rüber was bin ich wo bin ich ich kenne das nämlich aus divinity und wenn ich wirklich welche entwickelt so einschätze wie die drauf sind haben sie bestimmt vor mich hier irgendwie mit ein gift verlaucht zu überraschen hier ist aufgegangen glaube ich Ich tippe mal, ist das entweder mit denen, die zu tun hat, oder mit denen. Warte mal, Sicherheitshalber speichere ich mal das Spiel nochmal ab hier. Die scheinen sicher zu sein. Okay, ein guter Hammer. Und was ist das jetzt hier? Ich möchte euch jetzt erstmal unverständlich zu flüstern. Sie füllt deinen Geist mit Zaun-Effekt der Verzweiflung. Den banalischen Maschinen antreiben. Und ich bin schon wieder bei Laden. Ich gehe auch nach Gewicht mal kurz sortieren. So, gut. Zweihand haben wir. Gut. Jetzt müsste ich einigermaßen freier laufen können. Kann ich nicht einschauen. Sieht wie ein Trapp. So. Ich tippe mal, dass es Giftgas ist und wenn die Kombination passt, wie ich denke, Gas plus Feuer, ergibt nämlich Explosion. Daher möchte ich mich tippen, dass wir es hier mit einer Giftgaswelle haben, die irgendwas aufmacht, oder durch irgendwas aufgemacht wird, oder aktiviert wird, wenn was aufgemacht wird. Und jetzt war es noch nichts. Es ist der mittlere. Das ist das Problem. Der mittlere Akkophag ist es. So, mal kurz das mal hier machen. So. So, wir sind da. Und die Tür, die aufmachen konnten, jetzt kapiere ich, woher sie sind. So, ich habe noch was ganz Dummes jetzt hier. Aufteilen. Und dann rüber ganz schnell. Wieder in Echtzeit und dann geht's los. Ohohoho. Da hatte mein sechster Sitz schon irgendwo recht. Ja, sichert aber speichere ich aber hier nochmal. Einfach aus dem Prinzip her. Dass ich gerade so weit gekommen bin hier. Warte mal, was habe ich hier gefunden eigentlich? Ähm, Typ. Das ist. Leitfundes Beobachtes. Versprechen des Todes, wenn es schwer ist, hier verfehlt, erfolgt der nächste Angriffswurf, der... ...des Speerkämpfers auf dieses Ziel, erzieher sicherer Schlag. Okay. Das ist ein Speer halt nix für mich. Das ist theoretisch gesehen nix für mich, du. Open. They don't like Scribes. Despite the weapons. No surprise that they died there. I wonder what was so subversive about their worth that they've commanded protection. Hm. Was haben wir hier? Sarkophage und eine schwere Tor. Farkette, Sweet. Ringpanzer. Leger. Das ist doch nicht was für... Schieß mich tot. Lissi. Ja, ich nenne sie Lissi. Lissi ist das erste, weil... Buch der roten Götter. Bulk ist viel leichter, als es sollte sein, mit so einem massiven Lock. hmmm... So Taschzwecken nach einer Arcane-Rule suchen. So, würde ich hier eine Führung, bitte? Okay, das ist gut. Ne, doch. Oh. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Leger. Das Bruch genau untersuchen. Das könnte schwer werden. Okay, ich bin zurück. Das sieht gut. Das ist... Ah. These are the names of gods. Once lost, but now restored after the second sundering. Entire pantheons have dwindled and been reborn. Silently recorded by this book. Okay. Inspiriert. Göttlichkeitenauflösung. Spächerstrahl zum Ansehen. I drücken. Okay. Oh, da liegt noch eine Leiche hier. Schwerer Schlüssel. Ein Monument to a forgotten God. How quaint. Guck mal, das ist eine Tür. Noch eine... Ja, ich stung glaube ich gleich hier. Aber die tue ich noch gar nicht. Super. Kampfstab. Hier ist nichts mehr hier. Ist hier vielleicht irgendwas? Oh Gott. Da liegt noch eine. Okay. Und Schalter hier. Frage ist... Laura nicht. Lasst mich mal was probieren hier. Sicherheitshalber. Ja, lieber hier hoch. Ich habe das Gefühl... Das sind Untote. Irgendwas was machen. Besser so stehen. Und ein Clusterfuck zu sein hier. Oh, bitte, Salad. Dass ich recht habe. Das war so klar. Oh. Das ist ja ein guter Treffer. Das ist ja ein guter Treffer. Ich denke... So. Ich bin Fury. Ich bin Tod. Das ist meine Fury. Könnte ich den denn irgendwie treffen? Nein. Aber den kann ich. Was ist das? Gut. Ja, das ist ja nicht so, dass ich nicht so vorteile. Okay. Immobil, okay. Der Dunkler. Ow! Hopped. Nachteile. Hm. Hm. Okay, ein guter Schlag. Hm. 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 Und. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Bonus-Aktion. Respekt. Sehr schön. Und dann weg von der Gruppe, damit ich keine Flächenschale irgendwie auslöse. Okay, Stille. Und dann weg von der Gruppe. Verkältest du aber nicht das Problem. So. Sehr schön. Was für ihn genießen. Treffer. So. Und Kältestall auf mich auch geknallt, ey. Ich glaube, wir können jetzt treffen, oder? Ja. Kritischer Fehlschlag. Ernsthaft? Na, ich werde. Na, super. Hm. Siehste, kann ich ja nicht machen. Wunderbar. Wunderbar. Der ging schief. Sehr schön. Und treffer. Sehr schön geredig, meine Freunde. Was ist denn los? Sie sind alle aufgestanden, die ich schon mal geplündert hatte. Ja. Was ist denn hier drin jetzt? Da ist jetzt nichts spannendes hier. Ruhig mir gleich an. Für wer da die? Eins weg ist es. Was? Mhhh... ...hetotenden, die Quantizz不同. Was hat gerade jetzt? Ausrüsten? That is nice. Ist da was da drin? Doch, die hat echt ein Licht oder so was. eine Moment, Urgroßvater, bist du das? Was ist der aktuellen Kursus? 1,70 Euro, glaube ich. Warum greift ich mich nicht an? Weil, das wäre senslos. Willst du meine Frage anspricht? Ähm... Ja, fragt nur. Also, ich frage wieder, was ist der Wert eines einzigen, mortales Lebens? Immer noch, 1,70 Euro im Dreh. In Kronen wäre es vielleicht sogar Wülfkron. Hm... Sind von den Taten einer Person ab? Ich bin sicher, dass du so glaubst. Sehr gut. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Wir haben uns getroffen, und ich weiß dein Gesicht. Wir werden uns wiedersehen, in der richtige Zeit und Zeit. I will. Ooh... Hmm... Oh... Hmm... Was haben wir jetzt noch hier drüben gehabt? Ich muss nachgucken. Hier ist irgendwie nix. Außer das hier. Okay, weiter ran. Oh, okay. Weiter raus. Zumindest toll. Ah, da sind wir. Das hier Ruine. Okay. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Spächt. Ähm, wo lange wir jetzt noch gehen hier? Eigentlich ist es nur noch hier lang, ne? Bzw. wäre jetzt nur noch da oben der Weg. Ja. Das ist hier hoch. Ich will jetzt mal ganz kurz eine Rast machen. Lange Rast. Und erst mal die ganzen Zaunplätze wieder auffüllen. Guck mal hier. Lassi. Ein Monster formt inside us. Und du denkst, du bist idler. Ich wusste, du wärst fragil. Aber ich habe keine Rast. Sei schnell über eure Rast. Wir müssen eine Kräche finden. Wir müssen nicht so schnell machen. Wüsst ihr nicht, dass erschöpfte Kämpfer nicht tauchen? Eine schweifte Notion in einer komplexen Zirkumstanz. Wollt ihr, dass die Parasite in uns in uns reichen? Dass die Geich uns nicht immer mit jedem Bele an der Bellen beziehen? Geh deinen Rast. Ich werde aufhören. Wenn ein einziges Tentagel deinen Skull verletzen, werde ich nicht wesitieren, dich zu Ende 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 zu Ende. Alles klar, Lassi. Bist ihr sehr nett. Guck mal hier, Schattenherz. Was haben wir zwei besprochen? Ähm... Wir haben unsere nächsten Schritte besprochen. Ich verstehe. Ich werde mit Lassel beantworten. Oh, ich bin zum Lüsten direkt konfrontieren. Ja, so wie es mal. Wenn mir jemand Sorgen macht, dann ihr. Ihr wart nicht gerade offen, was euch selbst angeht. Ich habe meine Reisen. Es gibt nichts, um dich zu beantworten zu sein. Einerseits, bemerkbar. Du wirst niemals wissen, welche Länge jemanden nehmen kann, um dieses kleine Problem von uns zu lösen. Du siehst rechtbar. Ich denke, dass du wissen, wie wichtig es ist, dass wir jemanden finden, der uns zu curieren kann. Ich denke, dass wir jemanden finden, der uns helfen kann, desto besser. Ah, das ist klar. Hm? Wait a minute. Let's do that. We meet again, as predicted. I shall be here in my camp for whenever thou hast need of my services. Ich will nicht unerfüß haben, aber was genau seid ihr? There are many answers to that question. None are important. Mmh. Skelete können üblicherweise nicht sprechen. Correct. Dann erklärte ich mir, warum ihr es könnt. Nein. Was kann das Skelett zu bieten haben? Eine Schleifung der Kliniken zwischen Leben und Tod. Wenn du oder irgendwelche von deinen Kompatiten perischen, I will cleave soul to body once more. Ah, das höchstmächtige Magie, wie könnt ihr so einfach wirken? Das sieht dabei sehr hässlich aus. Hm. Ah, wir machen weiter. Das ist gut. Äh, Thoros Alp hat viele Kräfte, er gestattet, die Kliniken wieder zu belegen, Hilfe an zu heuern und seine Klasse zu wechseln. Natürlich nicht gratis. Hm, okay. So. Okay. Langerast. Super. Alle sind fit und wir können weiterziehen. Lager verlassen. So, da war ich. Und da geht es. Ah, da geht es also hier hoch. Komm, man kann nicht weiter von deinem Charakter entfernt werden. Wirk den Charakter, um die Erkundung fortzusetzen. Alles klar. Ich höre schäu, um die Erkundung vorzunehmen. Wir sollten es nachdenken, aber fahre. Okay. Open die Bödiegäte! Nobody gets in! Zevlor's orders! Das Pakt von Goblins wird auf uns auf jeden Fall! Was ist passiert? Goblins sind auf unsere Hände! Öffnen die Gäste, jetzt! Sie lassen die Goblins hier? Wo sind die Druid? Bitte, keine Zeit! Die Nine Hellen! Öffnen die Gäste! . 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 oh Oh! Not bad. Oh! Okay, wir haben ein Problem hier oben. Ähm... So, und einen Schlag drauf. Zhaft. There's a putter hier. So. Okay, um... Ich kann mich irgendwie... Eine Idee. Schmiere. So. Sehr schön. Okay, nicht so schön. Hm... Ich komme mit der Treffer. Ich komme mit der Treffer. Ich komme mit der Treffer. Bicycle und sword. Strike them down. Oh! What's that? Endstaffed. Oh! 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 Okay, gut ist noch kurz Schaden. Oh! Oh! Was ist denn das? So. Super. So. 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 Okay, das ist ein bisschen mies. Okay, das ist ein bisschen mies. Ähm... Sehr schön. und... ... ... weiss nicht zufert mal. Oh, ist kein Fett. Sehr schön Kann ich runter Nee, ich komm nicht runter Gute Treffer Gut, und Du kannst ihn nicht jetzt treffen Endhaft Okay, das war mir jetzt nicht klar gewesen, dass das Fett brennt Okay, gut, Fett Was erwarte ich denn noch? Was erwarte ich denn da? Ernsthaft? Miss Oder darf er Sehr schön Ach Mensch, ey, Leute Zeit, um die Hände zu pressen Ritualstab Knochenkappe Anderes halt Dein Nagelvertreffer wirkt dabei seinen Manus von Aufleih-Einclos Plus Fingerfertigkeit 1 halt Okay Many Goblins Schläger Grottschart Schart Anything with use? So Ne? Nicht erreichbar? Wenn du dich erwischen lässt, dann ist möglich irgendeine Gefängniszelle Oh Hm Es gibt Kinder hier, du Böde! Wir wurden für unsere Leben gerannt Du legst sie direkt zu uns Und du legst sie auch die Druiden nehmen Unglaublich! Ähm Ihr habt schon blutigere Kämpfe erlebt Ihr hattet Glück Gute Frage Ähm Ach komm Geh mal auf den Scheißmenschen Schlag, ey Der ist hier undankbar gewesen Jetzt den Kinnaken, komm Oh, nie rein da Ich bin einfach mal auf den Scheiß We can get to finding a healer. His skull isn't as thick as I thought. First I damn near die at the hands of goblins. Then I get sucker punched by a bloody half-breed. I'm done with this hellhole. Those two must have history. Never mind their history. Let's look for help. You acted quickly. I'm just sorry I didn't get there first. Thank you for your help out there. I'm Zivlor. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Why would they kill you? Why would they kill you? Why would they kill you? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay. But we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters. I've tried. Corga, their new first druid. Won't even see me. You though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Maybe you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. I think you should. Yes. No harm in trying the diplomatic route. We owe you a great debt. If we are forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Okay. Doffel. Und. Kleidung. This is about your precious borders gate. I care about our lives. Our futures. No. You just care about your stupid apprenticeship. Refugees. Adventurers. No one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Was verkauft hier? Just some bits and bobs I no longer need. Super. Ähm. Geh's nicht besser. We don't even know these people. That doesn't matter. Of course it does. You would choose strangers over us. Ne. Ist nur Ausgleich. Verhalten wir. Die Bücher verkaufen wir alle. So. So. eine armen Brust mit so was für ein Fernkampf hat. So, wenn das Brandstift da ist, so viel Stab, der hier weg kann. Das ist Wasser halt, ne? Komm mal auf. Ich kaufe hier ein paar Stück auf jeden Fall für... Hm, ich hab mal so flippt, auch die ist ja... Das schwert er mich mal für mich selbst auf. Vielseitig, warte mal, wieso ist das vielseitig? Das ist mit zweintenhalten, dann wäre es das nicht belästig. Oh, ich hab's nicht mehr. Oh, ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Das ist jetzt. Wir können hier Geschoss fahren und ganz Geschoss auf den Fernkampfangriff abfangen und ihren Schaden um den Geschick als Modifikator der Ringe an. Ist zwar schön, aber nicht so wirklich meins. Pippermittel... Pippermittel... Schattenherz. Du musst von 1,2 Geschickertswürfen und Geschickertswürfen... Natur plus 1,2. Mega Wuchtschand, das ist wohl für mich. Regentänzer zum Kampfstart. Okay, ich kann die Magie dieses Kindes ausprobieren und ihn zerstören. Dann nimm was. Das ist so teuer jetzt. So. So. Tauschen mal. Silvanus, guide your path. Äh, wir lassen das mal aus. Wird mit zwei Händen mehr Schaden. Wird mit zwei Händen mehr Schaden. Wird mit mir überhaupt... Wird mal eins kurz. Äh... Jungsbonus. Ja. Ich bin bewandert. Das heißt... Ach, sie hat auch einen langen Spell. Okay, gut. Ist ja egal dann. Dig ist besser. Wie hieß das? Noch seaweil. Oh. Ja, das ist besser. Im Bisschen. Wird mit. Wird mit. Wird mit. In den Teil des Lebens. Das ist besser. Entschuldigung! Wird mit. das kriegt dann sie das nehmen dann ich irgendwas anderes noch gutes dabei hier gewinnt oder sehr böse wegen der zertrag im griff auch den ring mal mehr besonderes bleiben gleich mal aus und dann 611 da ist der ring ich bin bereit sieht doch gut aus gut ähm aber ich sehe uns jetzt schon wieder um wir sind im nächsten Part wieder und dann denke ich mal machen wir auch eine sehr gute Parts mit auch wirklich Hass mit der Zeit und dann bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Part tschü tschü